Hallo, zurück aus Multan. Wir sind jetzt heute nicht mehr auf dem Baumwollfeld, wie ihr sehen könnt, sondern wir befinden uns vor einer Mühle, in der die Baumwolle entkernt wird. Wir haben uns zuerst angeschaut, wie diese Pflanze geerntet wird. Daraus ist, was ihr hinter mir seht, entstanden. Ein Berg voller Baumwolle vom Feld. Und jetzt werden die Kerne entfernt in der Fabrik hinter mir, damit wir dieses weiche Lind daraus bekommen, aus dem später das Garn gesponnen werden kann. Direkt hier nach der Fabrik fahren wir heute noch weiter nach Cialcourt, wo wir uns in den nächsten Tagen die Fabrik anschauen werden, in der die Schuhe, die Karma Classics und die Athletics Schuhe produziert werden und lernen die Welfare Society kennen. Bis dann! Bis dann!